hallo hallo und willkommen zurück bei einer neuen episode mit gar davor und anstatt eines toten kopfes haben wir jetzt einen lebendigen kopf an der arschbacke hängen und dieser jene soll uns helfen wenn mich nicht alles täuscht nach jutunheim zu kommen das erste hindernis daran ist jetzt aber dass wir mal wieder aus dieser bescherten höhle rauskommen und wieder zurück zum see der neuen theoretisch gesehen müssen wir ja glaube ich hier lang hier kann ich glaube ich noch immer nichts machen wir diese komische kugel wird ja noch nichts geht na gut dann halten nicht so ich glaube ja mit dem fahrstuhl fahren genau wieder ganz nach unten und dann mit dem boot wieder raus schippern dann sollten wir eigentlich fast da sein zum tor nach jutunheim wenn man das so richtig ausspricht ich habe nämlich keine ahnung ach ja stimmt ich könnte mich hier wieder einfach zurück teleportieren zum horn der schlange gehen aber gut ich glaube ich dann teleporte ich mich jetzt einfach mal wieder zurück das geht ja dann doch ein bisschen flotter als hier jetzt mit dem bötchen wieder den ganzen weg zurück zu fahren einfach mal hierhin zu trockslagen laden nicht lagen was rede ich denn schon wieder das ist ja alles blödsinn mein gott mein gott ey du wiederholst dich was ist der ursprung dieser kraft naja ich erinnere mich an einen äh zauber mimil ein teil meines gehirns erwacht gerade noch zum leben ich brauche noch einen moment um ganz aufzumachen ist der etwa kaputt ja dann hol dir eine tasse kaffee schütten runter auf x und dann sollte das ja wieder besser funktionieren wie reden wir mit der schlange auf dem mittelpunkt der brücke ist eine plattform mit einem horn bringt mich dorthin endlich jetzt müssen wir zu dem horn das habe ich ja schon mal probiert ob das funktioniert da wollte kratos aber unbedingt nicht rein blasen aber jetzt haben wir gelegenheit dazu na dann würde ich sagen da kommt mach ja dann würde ich sagen ein bisschen blase action ist angesagt mit der welt die schlange sprechen sch Warum tut sie das? Odin errichtete diese Storte zu Ehren Thors. Da die Weltenschlange diesen miesen Drecksack wirklich abgrundtief verabscheut, wollte sie sie nicht mehr sehen. Aber tut das nicht weh? Tja, sie und Thor haben eine unerfreuliche gemeinsame Vergangenheit. Beziehungsweise Zukunft. Wahrscheinlich fand die Schlange es schlimmer, den Anblick zu ertragen, als harten Stein durch ihren Schlund zu jagen. Soll ich sie fragen? Nein, uns kümmert nur Jötenheim. Also gut, wünscht mir Glück. Ahu, 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 ahu. Jö, mu, hin, mi, mi. Ich hab's noch drauf, Jungs. Sie erinnern sich. Jö, mu, hin, mi. Jö, mu, hin, mi, mu, hin. Mäthorn Wahl, määthorn jaun gudu. Sie kennt euren Vernust. Sie wird hell. Was ist? Ist nichts wichtiges. Was macht sie? Sie schickt uns in die richtige Richtung. Hört jetzt gut zu. Wir brauchen zwei Dinge um ins Land der Riesen zu kommen. Zuerst müssen wir die Weltmühle lernen, die die Reise nach Jöttingheim ermöglicht. Und dann müssen wir die Rune in das besondere Tor schneiden. Auf den Gipfel, wo wir dich trafen? Richtig. Doch die Riesen haben in ihrer unendlichen Wahlzeit dafür gesorgt, dass das kein normaler Meißel kann. Nur die Spitze eines magischen Meißels öffnet das Tor. Zum Glück weiß ich, dass er sich in der Nähe befindet. Die Schlange hat kurz wütend ausgesehen. Ach das? Sie dachte, ich hätte gesagt, die wären Freunde von Odin. Verzeiht, ich habe die alte Sprache noch nie nüchtern gesprochen. Ja, dann danke, schlangiger Freund. Und ich muss ja sagen... Okay. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte... Ich finde die Stimme von der Schlange und wie sie redet... Einfach mal mega geil. Das ist ja der Hammer. So, okay. Wo genau jetzt hin? Gut, ich schätze mal... Wenn wir hier zum Meißeln wollen, müssen wir hier hin und dafür müssen wir auch dieses Tor durch. Aber da jetzt das Wasser am See wieder gesunken ist, gibt es ja sicherlich wieder einiges zu sehen. Ich meine, dieser ganze Strand da unten, der war vorher noch nicht da. Das ist jetzt alles neu. Meine Güte, ey. Wo soll ich denn da nur wieder anfangen? Diese ganzen Ruinen hat man vorher ja überhaupt nicht gesehen. Meine Fresse, ey. Gott, wo etwas erstes hin? Kann ich das jetzt eigentlich schon lesen? Ah, jetzt kann ich es lesen. Aber es ist ein Name. Er! Der Name hat sie entfacht. So heißt eine Evalkür. Da guckt ja die Schlange noch runter. Hallo da oben. Okay, das ist hier beiles dieselbe Rune. Ja, ist sie. Alles klar. Aber hier kann ich sowieso nicht durch. Gut, dann war meine Theorie mit der Tür vielleicht doch ein bisschen... ...daneben. Könnte man meinen. Ah, die sind wir einfach mal hier runter. Komme ich? Hier ist sie überhaupt runter. Okay, das fährt einfach weiter. Okay. Ja, ich muss noch überlegen. Ich muss jetzt echt noch krass überlegen. Was? Wo? Wer? Was? Hinter mir. Ihr Kicker schon wieder. Weiter noch einer. So. Genug von den achtmalen. Ich hoffe ja mal. Nein, da sind natürlich noch mehr. Was? Wo? Wer? Hu! Du, 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 du. Was sagst du hier hinter mir? Der ist doch vor mir. Ich glaube, wir werden stärker. Das war einfach. Ach, ich weiß nicht. Der Typ sieht irgendwie so aus, als ob der irgendwann mal lebendig wird. Der wird doch definitiv lebendig. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Hu! Ist wieder Teleporter. Punkt. Hey, du da. Heyo. Er will einfach nicht reagieren. Ne, das juckt ihn alles überhaupt nicht. Okay, hier haben wir ein Boot. Hier können wir weiter hoch. Äh. Ja, aber was denn nun? Okay, ich gehe mal grob davon aus jetzt, dass es da oben storytechnisch weitergeht. Wobei Mimi hat ja auch gesagt, wir brauchen ein Boot. Also vielleicht geht es da oben doch nicht weiter. Ne, Quatsch. Ich schätze mal grob einmal hier unten durchschippern. Da geht es weiter. Würde ich jetzt mal schätzen. Na, gucken wir halt mal hier rein. Ach, ist hinter dir schon wieder? Nein, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme. Wo war denn der eigentlich nochmal? Der war doch ganz woanders, oder? Hoppala. Alle Anzeigen bitte wieder. Wo war denn der Kram überhaupt nochmal? Hier mit dem Lagerraum. War es das? Ja, das war's. Aber kann ich da schon hin? Ich habe keine Ahnung. Das war ja mal ein schönes Gespräch. Okay. Okay. Gehen wir hier mal weiter. Aber es ist schon wieder meine Vermutung, wenn Sintry hier ist, dass das vielleicht doch irgendwie der richtige Weg ist. Ich bin momentan echt sowas von verwirrt. Ja, hallo. Was haben wir denn da? Ja, hallo. Ach, nur Hack. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre wieder irgendwas. Irgendwas zum Einsammeln. Irgendwas Beutemäßiges, das ich verkaufen kann. Aber ist es anscheinend nicht. Okay. Wo zur Hölle kommen wir hier hin? Noch mehr Hack. Okay, hier kann ich nur einfach wieder runterrutschen wahrscheinlich. Das will ich ja aber gar nicht. Wie komme ich durch dieses dicke, fette Megator überhaupt durch? Anscheinend ja. Geheimbereich. Rad der Walküren. Hä? Was ist denn das für ein Symbol? Wird nichts angezeigt. Ja, na gut. Dann gucken wir da halt mal rein. Ja, das weiss ich doch nicht. Ich bin selber total ratlos. So, Truhe freigelegt. Aber von hier aus komme ich nicht runter. Okay, das gefällt mir ja mal überhaupt nicht hier. Das finde ich gar nicht gut. Hallo? Wo sind wir hier? Kann das sein? Die Achtthrone? Lass die Spielchen. Weißt du, wo wir sind oder nicht? Ich bin Nimir, der klügste lebende Mensch. Ich weiß viele. Okay, hier kann ich mich zumindest wieder teleportieren. Was immer das hier ist. Das sieht wichtig aus. Für wen? Hier ist kaum etwas von Wert. Hm, tja. Okay, ich hätte es irgendwie erwartet, dass ich von hier aus zu der Truhe da hinten komme. Aber anscheinend nicht. Kann man hier irgendwie weiter? Ich meine, es ist zwar mega schön, dass jetzt diese acht Stühle stehen. Aber recht viel mehr bringt mir das auch nicht. Ich habe keinen Plan, ey. Hier gibt es echt viel zu sehen. Was? Hier gibt es echt viel zu sehen? Oder hat er gesagt, es gibt nicht viel zu sehen? Da habe ich jetzt nicht so wirklich aufgepasst. Aber hier ist ja nichts. Hier ist einfach nichts. Ich kann ja auch nichts machen hier. Das wird wahrscheinlich noch irgendwie wichtig werden. Aber momentan. Kannst du mir da oben weiterhelfen? Ja, auch nicht, ne? Ja, kacke. Jetzt stehe ich hier im großen Kreis. Und weiß nicht wohin mit mir. Ja, ich habe keine Ahnung. Und ich glaube, ob ich mich jetzt zurück teleportiere oder zu Fuß gehe. Bleibt sich zeitmäßig gesehen ziemlich gleich. Ach, hier komme ich einfach zur Truhe. Okay. Ja, das hätte man mir aber auch vorher sagen können. Ah, wieder ein bisschen schöner Stahl und Schuppen. Ist ja wunderbar. Ah, wie sie von da oben runter guckt. Und alles im Blick hat. Gut, aber zumindest muss ich jetzt nicht mehr klettern. Sondern ich kann einfach den schnellen Weg nehmen. Huiiii. Ja, wenn du meinst. So. Und wieder unten. Dann können wir uns jetzt ja mal ins Bötchen begeben. Oh. Oh. Wo lang geht's zum Meister? Rudere bis zu den Statuen der Ruderer. Dann zwischen ihnen durch. Okay, ich gehe mal grob davon aus, dass hier sind die Statuen der Ruderer. Dann gucken wir halt einfach mal hier auf die andere Seite. Okay. Hier ist wieder der Kram. Wobei. Mit dem kann ich noch nichts machen. Schade. Aber ich kann zumindest mit denen was machen. Das funktioniert doch wunderbar. Und ich habe irgendwelche komischen Schreie gehört. Ist hier jemand? Ich sehe niemanden. Oh Gott, da ist schon wieder so ein kacken Portal. Ja, meine Fresse ey. Gut, da sparen wir uns momentan noch auf. Ja, wo geht's denn hier wieder hin? So viele Türen und Wege. Och. Scheiße. Ich habe mich schon gefragt, was aus ihm wurde. Warte. Fafnir? Wie in Fafnirs Lagerraum? Genau der. Aber laut... Wat? Wir sind... Was? Wir sind jetzt... Hä? Hahaha. Ich bin verwirrt. Aber gut, wir haben dann wieder einen Draschen zu befreien. Kann ich eigentlich zurückgehen? Ja, kann ich. Okay. Wenn es wirklich zu haarig werden sollte, kann ich einfach abhauen. Okay, was machen wir mit dem, mein Freund? Hier komme ich ja definitiv mal nicht durch. Heieieieiei. Heidewitzker. Das kann ich auch nicht öffnen. Und da stehen ein paar Buben unten. Ha! Getroffen. Ha! Und nochmal getroffen. He! Seid ihr dumm. Ah, kacke. Nein, komm. Wir gehen ein bisschen weiter, Kratos. Hahaha. Ja, das gefällt dir, mein Drachenkumpel. Okay, wohin, 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 wohin? Ich spring einfach mal hier rüber. Wir müssen ja irgendwo diese Schreiner finden, um ihn zu befreien. Und da wieder. Och! Gott, was ist denn da rechts für ein Tuch? Ach du... Meine Fresse, ey! Er hält aber ein bisschen was aus. Hier hekt nun schon wieder einer auf. Oh, mein Dich ist hier momentan alles nicht so mega geil. Der Typ mit seiner Rüstung... oh gott ist aber auch nicht unbedingt wenig aus hat mich echt erwischt was wird denn das, wenn es fertig ist? kann ich das aus deiner hand ballern? nein kann ich nicht oh gott ok es ist Zeit für ein bisschen Rage ok ich geh mal aus dem weg hier, oh gott doch gott doch gott ha ok so kann ich das so hinnehmen nein oh gott, gott doch gott doch gott jungen hm werfen bringt bei dem irgendwie nicht so viel, hm hm werfen bringt bei dem irgendwie nicht so viel, hm wenn er alleine ist, dann ist er ein bisschen mega kompliziert oh gott, ey das wird krass aber der zweite motherfucker hier geht mir wahnsinnig auf die nächste oh nein gott hätte ich jetzt fast übersehen, dass der das gerade war hab ich dich geblockt, ja so ne scheiße hobert ok der ist hin ja endlich gott er war härter als er eigentlich sein dürfte huiuiuiuiuiui ok das war mal ein fucking harter Kampf nur er ist nicht mein Freund der kleine Scheisser war ein ständiges Ärgernis für Asen und Warnen Seicheras warum befinde ihn Wegsprecher aus Erpacken niemand verdient eine solche Erpackenschaft nicht mal ein gieriger Drachen ok was zur Hölle hab ich nicht alles bekommen Mann, 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 mann ey das war hu, harter Kampf ich glaube das ist ein Gebiet das ist für mich noch ein bisschen zu hart könnte man meinen aber hey, wir sind geschafft und der Gegner wäre auch wirklich nicht so das mega Problem gewesen wenn nicht diese kleinen Scheisser die ganze Zeit gewesen wären die mich einfach nur nerven oh Gott, da hinten stehen noch mehr da stehen ja echt noch mehr da hinten habe ich jetzt schon einen der Schreiner eigentlich erwischt? ja, anscheinend schon zumindest werden nur noch zwei angezeigt ok, das ist ja mal nicht so schlecht das ist ja mal nicht so schlecht ja, beruhig dich doch denn wir werden dich bald befreit haben aber ich würde sagen das ist eine Sache die machen wir erst in der nächsten Episode von God of War und bis dahin sage ich tschüss auf wiedersehen und mann sieht sich